Da wird so eine Potenzialanalyse dann gemacht von der Sportart, wo wird die übertragen? Ist die TV relevant? Gibt es Potenzial für Sponsoren und Partner, dazu zu investieren? Und wenn wir dann alle gemeinsam zu dem Schluss kommen, das macht irgendwie für alle Seiten Sinn. Und Sie als Vertreter des Rechteinhabers sagen, ich habe dann einen Mehrwert dadurch, dass ich die Kollegen von Sport5 mir dahinsetze, weil ich muss kein eigenes Personal bezahlen, ich muss keine Material, keine Büroausstattung und so weiter und so fort für selber investieren, sondern kaufe mir diese Dienstleistung über diese Partnerschaft mit Sport5 ein und habe aber trotzdem am Ende einen sehr guten monetären Output. Und wir alle zu dem Schluss kommen, dass sich das lohnt, dann würde man das machen.